Meine Frau Katharina, meine Mutter heisst Lydia, geboren am Nomadis und naja, geboren bin ich auch im Gebiet Omsk. In Ivanafe bin ich geboren, groß geworden bin ich im Nachbardorf in Kalaischow. 72 sind wir nach Kasachstan gezogen und 81 habe ich dann geheiratet mit meiner Frau. Und 86 sind meine Frau mit unserer Kinder weggezogen und meine Eltern sind 90 nach Deutschland gezogen. Also mein Vater ist 98 Jahre alt und meine Mutter ist jetzt groß. Wo in Deutschland? In Una. Ich wohne in Böhrenkreis. In Hesse, also hier in der Nähe von Marburg. 30 Kilometer weg. Entschuldigung, ich wusste jetzt nicht diese Orte einzuordnen. Nein, 30 Kilometer weg. Okay, ihr seid hier sehr gelegert. Deshalb seid ihr auch mit Santrali, sind sie jetzt immer wieder zusammen gewesen. Okay, danke. Okay, danke. Ich bin da, ich bin da, ich bin da.